ich bin sebastian martin einer der mitgründer und geschäftsführer der second right gmbh und wir entwickeln und vertreiben elektro umbausätze für verbrennerfahrzeuge und den ganz speziellen für motorräder beziehungsweise mopeds sowie für das simson moped das man im hintergrund sieht das ist einmal in der rationale und eine emotionale entscheidung rational weil es das meistproduzierste zweirad in deutschland ist da wurden insgesamt sechs millionen von produziert zu ddr zeiten und emotional weil das beides mal unabhängig voneinander das erste fahrzeug von carlo und mir war damals mit 17 das erste fahrzeug von uns ein simson moped das projekt hat angefangen vor knapp drei jahren als projektwerkstatt an der tü berlin das hatte carlo organisiert und selbst initiiert um die umrüstung von verbrennerfahrzeugen auf elektroantrieb zu untersuchen die technischen wirtschaftlichen auch rechtlichen fragestellungen und da ist dann ein simson umbausatz rausgekommen der fast fertig war das ganze haben wir dann haben wir dann genutzt um auszugründen die idee mitzunehmen und unternehmen aufzubauen das haben wir letztes jahr gemacht wir feiern jetzt im april unser einjähriges bestehen und genau wir haben letztes jahr mit einem crowdfunding gestartet um zu gucken wie kommt das eigentlich an am markt und das ist super angekommen haben letztes jahr die erste kleinserie ausgeliefert und sind dieses jahr dran die produktion zu skalieren und von 30 umbausätzen auf 500 gerne kleine serienproduktion aufzubauen es ist zum einen natürlich eine produkt zuverlässigkeit wir müssen gucken dass wir die qualitätsstandards erhöhen dass wir sicher sind dass wir in der gleichbleibenden und hohen qualität die umbausätze auch so produzieren können ausliefern können auf der anderen seite muss man natürlich mit sehr sehr vielen lieferanten sprechen wir haben knapp 200 einzelteile schon bei diesem umbausatz das muss man ja alles erstmal organisieren die lieferanten kontakte aufbauen dann müssen wir natürlich das team ausbauen also das geht nicht mehr dass wir jetzt an mit der hand alles zusammen stecken wie wir es in der kleinserie gemacht haben sondern wir brauchen eine richtige ablauf organisation wir brauchen eine kleine montage montage prozesse wir brauchen spezialisierte fachkräfte die daneben den umbausatz montieren andere leute die das ganze organisieren dass die teile eben auch reingehen beziehungsweise die umbausätze dann verschifft werden an unsere kunden kundenkommunikation die jetzt nicht mehr eins zu eins funktionieren kann weil das geht noch mit 30 kunden aber mit ein paar hundert kunden können wir nicht mit jedem im kontakt stehen man muss sie betreuen danach also eine ganze organisation die wir drumherum jetzt aufbauen das geht ganz einfach über unseren online shop kann man das umbau kit bestellen und bekommt dann zwei pakete nach hause geschickt den umbausatz selbst kann man dann innerhalb einer stunde oder zwei selbst einbauen und hat dann die notwendigen gutachten auch mit dabei so dass man dann einfach seine betriebserlaubnis anpassen kann beim technischen sachverständigen und dann bereit ist um elektrisch auf der straße unterwegs zu sein das ist genau unser konzept wir glauben dass retrofit erfolgreich werden kann in dem die installation und der umbau sehr sehr einfach gestaltet werden kann und natürlich ist es für ein moped deutlich einfacher zu gestalten als für einen pkw aber das ist unser erster versuch diesen diesen ansatz des skalierbaren retrofits zu umzusetzen wir wollen einen beitrag dazu liefern dass die energiewende nachhaltiger passiert über eben die umrüstung und weiternutzung von bestandsfahrzeugen und wir glauben dass wir in den nächsten jahren oder unser ziel ist es ein paar tausend umbausätze pro jahr zu produzieren insgesamt sehen wir dass das sehr an attraktivität gerade gewinnt es gibt ganz viele firmen sich die sich darum gerade bilden auf verschiedene fahrzeugklassen spezialisiert von zwei rädern so wie wir bis hin zu lkws und das eigentlich auf der ganzen welt also das ist sehr spannend und zeigt eigentlich dass der markt ja attraktiv ist und sich viele da auf den weg macht gerade international kann man sehen dass die märkte da eigentlich schon weiter sind gerade auch das staatlich gefördert wird dass sich da eine industrie bildet so zum beispiel in frankreich da werden solche umbausätze die wir anbieten für zwei räder pauschal mit 1000 euro gefördert das gibt es so bei uns nicht und das führt natürlich dazu dass sich der markt deutlich schneller entwickelt und sich die unternehmen da deutlich schneller entwickeln und es auch attraktiver für die kunden ist als es bei uns jetzt gerade der fall ist wir wir leben ja noch ein jahrzehnte auf diesem planeten und wir sehen dass der klimawandel jetzt immer akuter auftritt und die probleme probleme mit sich bringt und es wird eigentlich eher dramatischer als als weniger dramatischer so ist das ja eigentlich absehbar und deswegen möchten wir uns in dem feld engagieren was wo wir einen beitrag oder versuchen können einen beitrag zu leisten dass das thema nachhaltigkeit wichtiger wird und nach vorne gebracht wird und das sehen wir eben beim thema retrofit in dem wir versuchen zu verhindern dass neue fahrzeuge produziert werden ich selbst habe davor in der automobilindustrie gearbeitet und ja da da ging mir der singen der sinn verloren den ich jetzt hier mit second right auf jeden fall wiedergefunden habe ein ein oh und 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 und